Hallo ihr Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist jetzt ein Infovideo, wieso? Ganz leicht. Ich werde diese Woche weniger Videos machen als sonst, weil ich habe nur mal, also weniger als sonst, ja, weil ich habe nur mal wenig Zeit. Ich bin gerade in der Ferien und in der Ferien kann ich nicht so viele Videos raushauen, weil ich brauche auch mal ein bisschen frei. Deswegen keine YouTube Pause. Also ich war schon nebenbei Videos, aber einfach nur weniger bis wahrscheinlich Wochenende. Ja, bis Montag. Dann werde ich erst nächste Woche, also übernächste Woche Samstag, Sonntag wieder erst wieder raushauen, als ich kann. Und ja, und das war es dann auch. Ja, tschüss. Ja, tschüss.